Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Farquay 3. Ja, wir machen hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Ich hab mir das jetzt mal angeguckt. Ich würde mal hier hochgehen. Wir haben hier oben noch eine Expedition, wahrscheinlich eine Expedition, dass wir die einfach mal machen. Das wäre eigentlich jetzt so mein Plan. Da hatten wir ja, glaube ich, mal zwei davon gemacht. Da haben wir dann hier eine dritte. Ich weiß auch gar nicht, wie viel es davon gibt. Aber wir machen die einfach mal mit. Was? Nöööö. Irgendwo da unten. Na dann wollen wir mal. Haben wir eigentlich noch genug. Ja wir haben da noch neun. Die müssten reichen. Na dann auf auf. Raketen. Alter was geht hier? Alter was ist das? Warum hat man hier bloß begrenzt Zeit? Was ist das? What the fuck? Uh. Naja das war nicht so spaßig wie ich darauf hatte. Ja sehe ich genauso. Scheiße wir sammeln hier nichts ein. Keine Zeit dafür. Bleib liegen. Bleib liegen. Du brennst. Ne alles wieder gut. Soja komm fort damit. Ich hasse echt so Missionen wenn das wirklich um Zeit geht. So richtig immer so Druck Druck Druck. Ist überhaupt gar nicht meins. Ist noch nie meins gewesen. Wird auch nie meins sein. Ich meine wenn ich Missionen mache würde ich das ja auch genießen. Und dich hier einfach durchrammen um bloß die Hälfte mitzukriegen. Huch. Was? Und ich sage ja sowieso wir haben ja sowieso genug Kohle. Wir brauchen da gar nichts mehr. Also ist das kackegal da müssen wir auch gar nichts einsammeln und nichts. Hättest du was mir sagen sollen? Du bist ein Toter. Das sagt gerade der zu mir der tot ist. Oder der gerade am sterben ist. Nein du. Nein du. Nein du. Ja inherently nennen wir da. Oh die Kiste. Die nehmen wir auch mit. Nachladen geben wir. Ey. Ist ja wie Silvester hier drin! Cool! Wo sind wir denn denn? Alter.. Ja komm mach ihn hier. Ich hab da keine Zeit, siehst du doch. Wo ist er? Hier. Müssen wir mal suchen hier. Man sieht ja nicht viel. Ist die Scheiße. So. Ich möchte es auch immer ganz lieb gemeint, so die Granaten werfen. Das sind ja wirklich so lieb gemeinte Granaten. Ist ja alles gut. Nööööö. Ii Hmm Gibt es hier noch schnell irgendwas zum sammeln? So, ja, ein bisschen Munition. Danke, gefällt mir Was ist das? Stirb doch einfach, was ist los mit dir? Ein Anstand oder wie? Schön, wenn die Leute keinen Anstand zum sterben haben Ii Weil die Leute aber auch hier drinnen sind, oder? Ich weiß nicht, ob der Komplex hier irgendwann mal in die Luft fliegt, aber dann wird der schlicht hier drinnen rumrennen Gott sei Dank gibt es hier unten keine Honigdachse Ja Das war doch jetzt Was macht sie? He he Gut. Und Spritz. Bleibt liegen. Kommt euch vielleicht besser. Sicher runter? Anscheinend schon. So, wo bist du, Kerner? Hallo? Na, danke. Muss nicht unbedingt sein. Scheiße, wo muss ich denn jetzt hier lang? Hier. So, machen wir hier. Bumm. Scheiße. Nicht. Ui. Muss ich sagen, ist wirklich knapp bemessen gewesen von der Zeit. Also hätten wir noch alles eingesammelt, das hätten wir nicht geschafft. Das hätten wir definitiv nicht geschafft. Ich hasse aber wirklich so Missionen, wenn du da unter Zeitdruck schwebst. Sam, ich war im Tempel. Oh, jetzt quatscht ja schon wieder das mit dem Tempel. Aber nichts. Die Liste war nicht da. Das ist sehr schade. Ja. Aber ich fand eine Notiz. Warum wiederholt denn der sich immer dieser Spaten? Warum telefonieren denn die immer wieder miteinander? Wird das irgendwie das neue Ehepaar oder was ist hier los? Ein paar Tagen. Scheint wichtig zu sein. Dann findest du die Liste bei dem Treffen. Das muntert mich wieder auf. In der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen. Willst du vielleicht mitkommen? Klar. Wunderbar. Triff mich an den Drogenfeldern. Ich hab da was zu klären. Mich muntert dieses Gequatsche nicht auf. Muss ich echt sagen. Genau das ist. Das ist echt schlimm. Wenn du immer wieder das gleiche hörst. Die wollen anscheinend wirklich, dass wir unbedingt die Mission machen. Aber ich mein, wir haben ja noch Zeit, oder? Hätten ja auch hier noch ein paar Nebenmissionen. Sowas wie Ausgeblutet. Sowas so. Die könnten wir ja vielleicht auch ein bisschen mitmachen. Hm. Ist echt schwer zu sagen. Ist wirklich schwer zu sagen. Ein Draht zur Vergangenheit. Pass auf. Wir machen einfach mal so eine Mission. Mal sehen was das ist. Wir könnten halt auch alles mit. Toll. Jetzt kann ich hier mir keine Waffen und nichts kaufen. Ja verdammt. Ach. Es wird auch so gehen. Ist wirklich wirklich was? Ich glaube, dass ich das nicht ein bisschen fühlt bin. Nein. Ach. Ich lass mich doch hoch. Einmal. Duo. Aber der wird doch wichtig. Das ist halt so gehen. Oh nein. Du bist hier. Hey, was geht? Darum brauche ich deine Hilfe. Eine Gruppe von uns will die Tempel wieder aufbauen. Aber wir vermissen die geschnitzten Tafeln, die einmal an den Wänden hingen. Die kaiserliche Armee stahl sie vor über 60 Jahren, aber ich glaube, sie sind immer noch auf der Insel. Du willst also, dass ich sie suche? Würdest du? Werde ich machen. Danke. Es ist mir eine Ehre. Ich wäre jetzt lieber zu Hause. Dann geh doch. Halt. Huch. Okay, die Tafeln sollen anscheinend hier irgendwo sein. Irgendwo auf der Insel. Und dann sollen die gleich hier in der Nähe sein. Sehr mysteriös. Die, oder? So, die eine soll hier sein und die anderen, das sind noch zwei Punkte, das sehe ich gerade. Du könntest, du siehst wie eine Tafel aus. Ja, das sind wenigstens immer so ziemlich schuf. Das wollten wir noch mitnehmen. So immer ziemlich kleine Missionen. Das mag immer mal gehen. Außer wie der eine, der ziemlich vergesslich war und dann immer gesagt hat, hier, wo wir denen seine Medizin suchen sollten. Welche Medizin? Das ist meine Medizin. Das ist meine Medizin, die ich brauche. Oh nein, das ist nicht meine Medizin. Wo der uns drei oder vier Mal losgejagt hat. Der Holzkopf. Lettern, die müssen wir ja da hoch, aber ich bin ja nicht da hoch. Ich bin ja da hin. Hm. Ich würde hier schon gerne irgendwie hier durchschauen. Aber wieso kann ich mich hier nicht durchschauen? Berge alle Tafeln. Ja, die Tafel wird da drüben sein, aber wieso soll ich denn da rüber kommen? Das ist dann mal schon wieder Schmutz, oder? Oder fehlt mir hier irgendwas? Sieht aus, als ob man hier irgendwas reindrücken muss. Ich hab das da gar nicht. Ich spreng hier alles in die Luft zu mir. Kacke egal. Was muss ich denn hier machen? Hier bin ich da hoch. Ich muss auf jeden Fall schon mal die Pflanze einsammeln. Das ist viel wert. Ich wäre irgendwo da rüber müssen. Das wird dann, die wird vielleicht irgendwo da drüben sein, oder? Oder kriege ich das später frei und die Tafel liegt einfach bloß hier unten im Gemüse? Das kann natürlich auch sein, dass die gar nicht da drüben ist. Das ist einfach mal wieder bloß ein bisschen dumm denke. Ich hab ja schon ein paar von solchen Dingern gesehen, wo das so zu ist, da wo wir gar nicht rangekommen sind. Aber die können mir doch jetzt nicht, da wo ich meine Mission auf den Bugge binden, wenn ich sie gar nicht abschließen kann. Das wäre ja etwas sinnvoll. Das wäre ja etwas sinnvoll. Da fehlt mir wirklich was, dass ich das einsetzen muss, dass das Ding wirklich da drüben drin ist und ich bloß einfach nicht reinkomme. Aber die können mir doch nicht eine Mission geben, wenn ich die gar nicht abschließen kann. Das wäre ja schon ein bisschen Schmutz. Ich komme ja hier halt auch nicht weiter, oder? Nein, nein! Mann! Warten wir mal ja bitte faken. Ach, du Volltrottel! Sprich! Sprich! Hier müsste man nämlich bestimmt lang, oder? Sag ich doch, gille! Ich hab's doch gesagt, dass die hier sein wird! Das ist ja irgendwie, da fehlt uns irgendwas und wir kommen da nicht rein. Nehmen wir gerne, Dankeschön! War mir wirklich so klar, gille! Wird uns irgendwas fehlen, dass wir das dort einsetzen können, dass die Tür aufgeht? Weil das wird so nicht geplant sein, dass wir da außen lang gehen. Aber, ja, was soll ich aber machen? Geht ja nicht anders. Könnt ihr mal eure Klappe halten? Ich muss mich konzentrieren. Okay, die Särken irgendwo unter uns. Die Frage ist jetzt wo unter uns. Wo ist der Eingang? Immer noch unter uns. Ja, du bist auf die Fresse gefallen. Ja, vielleicht, oder? Ich traue diesen Frieden ja nicht. Ich traue den Eingang. 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 Ja, mein Freund. Ich traue deine Tafeln. Ja. Danke, danke, danke. Die Tafeln sind unser Erbe. Durch sie sprechen unsere Ahnen. Wir ehren sie durchs Zuhören, klar? Ja. Du hast uns wirklich sehr geholfen. Nimm das. Du verdienst es. Kein Ding. Sam, ich war im Tempel. Ich habe alle drei erwischt. Aber nichts. Die Liste war nicht da. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder das Gequatsche. Wisst ihr was? Ich mache jetzt diese Mission. Also sprich nächste Folge. Warte mal. Wo ist das? Irgendwo hier. Ich glaube hier müssen wir hin. Ach, oder sind wir jetzt auf der falschen Insel? Sind wir jetzt nicht nach unten gegangen? Ja, mal gucken. Wir werden es gleich sehen. Scheint wichtig zu sein. Dann findest du die Liste bei dem Treffen. Das montert mich wieder auf. In der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen. Willst du vielleicht mitkommen? Klar. Wunderbar. Triff mich an den Drogenfeldern. Ich habe da was zu klären. Ich hätte sehr gerne erstmal hier. In. 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 Das ist gleich hier vorne. Aber wieso kriege ich denn hier keine? Hier gibt es echt keine. Sieht das Wasser nicht toll aus. Hier kriege ich ja gar keine, kann ich ja gar keine Waffen aufdingsen. Nein, das machen wir dann sofort. Dann gehen wir erstmal hier hin. Dann müssen wir wieder zurück. Ah, so ein hin und her. Kann ja aber auch wirklich keiner wissen, dass es da drin ist. Keine. Was? 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 Ey. Wollt ihr mich jetzt gerade verarschen? Haben sie die jetzt gerade rausgepatcht oder was ist denn hier kaputt? Ich habe keine, ich kann meine Waffen nicht aufladen, Zeug verkaufen. Hier. Warte mal Zeit. Ich wollte schon sagen. 3,8 kam die ja. Na gut, da haben wir ja gesagt, die werden doch bestimmt eh nicht zocken, oder? Ich weiß das nicht, weil die halt. Ich halte einfach drauf, weil die halt ein Visier drauf hat. Die ist bestimmt nicht verkehrt. Aber müssen wir halt noch ein bisschen warten. So, wir machen das jetzt ja. Wir gehen jetzt wieder zurück. Oh mein Gott, ein hin und her. Ein hin und her. Das ist Wahnsinn. So, und dann würde ich jetzt auch noch ein Stückchen dahin laufen. Da drüben. Wir gehen auch nicht so nah ran, dass die Mission dann gleich hier beginnt hier vorne irgendwo. Genau. So, dann würde ich jetzt sagen, ich würde jetzt genau hier einen Cut machen. Und wir sehen uns dann nächste Folge genau an dieser Stelle wieder. Ja, und ich danke euch wie immer für's Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Dann bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020